Oh Mann, was für kaltes Wasser. Da steig ich definitiv nicht rein. Und ob du das machen wirst? Oh Mann, seht ihr lustig aus. Na warte, jetzt bist du aber dran, Austin. Nein, 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 auf keinen Fall. Schaut mal, was ich hier habe. Was soll das denn sein? Also, seid ihr bereit? Dann kann es losgehen. Was werde ich wohl rausholen? Austin hat Dreck. Wird er es wirklich tun? Ich will die Gülle sogar anfassen. Wie eklig. Pfui. Eindeutig. Okay, ich kann das schaffen. Jetzt ist er wirklich total dreckig. Ich bin ganz braun. Du siehst verdammt gut aus. Hört auf zu lachen, bitte. Es ist ekelhaft. Na wartet, bis ich euch umarmt habe. Nein. Okay, mal sehen, was ich wohl bekommen werde. Ich hoffe, ich habe Glück. Aha, ich habe mehr bekommen. Austin, schau mal. Das ist voll weiß. Hey, was machst du da, Bella? Boah, nee, jetzt muss ich niesen. Hey, was machen die da? Ist alles in Ordnung, Betty. Jetzt bin ich total weiß. Bitte sehr, Leute, das ist für euch. Hey, was machst du da? Wir können nichts mehr sehen. Ich kriege gar nicht genug davon. Bist du bereit, Bella? Und Bella kriegt... Gurken. Das sieht wirklich eklig aus. Lass dich mal anfassen. Hör auf, Austin. Was ist das wohl? Oh, nee, das riecht gar nicht gut. Das muss was Ekliges sein. Na los, hilf ihr. Ah! Oh, ist das ekelhaft. Das sind ja Essiggurken. Ich komme nicht raus. Wie soll ich den Geruch loswerden? Ach, du Arme. Die schmecken aber viel besser, als ich gedacht habe. Ich will Glück haben. Diesmal bitte, bitte. Und Betty kriegt Seifenblasen. Wow, wie cool ist das denn? Los geht's. Wow, wow. Du hast uns nass gemacht. Yeah, wir haben hier voll die Schaumparty. Hey, wo ist Betty? Leute, schaut mal. Ich bin voller Schaum. Ich liebe Schaum. Ich auch. Das macht voll viel Spaß. Ich bin bereit. Was werde ich voll bekommen? Austin kriegt was Pikantes. Ich frage mich, ob er diese Nudeln hier mögen wird. Die sind ganz schön heiß. Die will ich gar nicht erst anfassen. Austin, viel Spaß. Okay, ich kann das schaffen. Was ist das denn? Oh, ich mag Nudeln. Lecker Schmecker. Oh nein, 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 nein. Die sind viel zu scharf. Ich muss hier raus. Das ist gar nicht auszuhalten. Oh, du Armer. Halte durch. Mann, wie sah der denn aus? Das kannst du laut sagen. Ich muss mich etwas aufwärmen? Oh, sorry, Austin. Okay, los geht's. Oh, sieht so aus, als hätte Betty was Leckeres bekommen. Was ist das? Mh, das ist Schlagsahne. Schau mal, die wird da gleich wirklich reintauchen. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Yeah. Fantastisch. Die wollen wir noch beschmieren. Yeah, das macht voll viel Spaß. Und schmeckt auch noch. Schaut mal, wie ich aussehe. Leute, was ist denn da? Komm mal zurück, Bella. Ja, genau. Zieh einen Ballon. Ich will Glück haben. Bella kriegt Zitronen. Probieren wir mal. Ganz schön sauer. Du schaffst das, Bella. Ich glaub an dich. Oh, das ist ja mega sauer. Oh, das ist ja mega sauer. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Wer ist das? Austin, bist du es? Oh, Mann. Oh, Marbella. Oh, nein. Was ist das denn? Das tut weh. Hilfe. Oh, nein. Hilfe. Hilfe. Arme, arme Bella. Oh, nein. Ich frag mich, was ich diesmal bekommen werde. Oh, sieht so aus, als würde Austin was Interessantes erwarten. Arme, Austin. Probieren wir es mal. Äh, nein. Nein, ich kleb fest. Nein, er fällt gleich rein. Okay, es kann losgehen. Was ist das denn? So nichts passiert, oder? Oh, nein. Ich steck fest. Ich komm nicht mehr raus. Helft mir, bitte. Lass uns los, bitte. Nein, was soll das denn jetzt? Austin, jetzt stecken wir alle fest. Nur wegen dir. Das ist so furchtbar. Oh, hoffentlich kriege ich nichts Schlimmes. Hör auf zu jammern, Bella. Oh, das wird ganz schön kalt. Oh, ja. Das wird ein Riesenspaß. Sieht wirklich kalt aus. Oh, nein. Mein Finger ist abfroren. Komm schon, komm schon. Okay. Ich kann das schaffen. Ist das kalt. Hilfe. Schnapp sie, Austin. Wir müssen sie rausholen. Boah, ist die schwer. Das kannst du laut sagen. Leute, bitte holt mich hier raus. Oh, nein, endlich. Lass uns gehen, Betty. Mach's gut, Bella. Hey, ihr könnt mich doch nicht einfach hier lassen. Irgendwie ist mir nicht gut. Na, komm schon, Bella. Nicht schlapp machen. Bella kriegt eine Wassermelone. Einen ganzen Pool mit Wassermelonen. Ich will ein Stück davon. Sorry, da will ja jemand reinspringen. Was steht mir wohl bevor? Ich glaube, wir sollten ihr helfen. Bella, wenn du willst, kann ich es statt dir machen. Ja, sie hat mir geglaubt. Mann, ist das lecker. Was treibst du denn da, Bella? Ihr wolltet mich austricksen. Hat aber nicht geklappt. Diese Wassermelonen gehören mir. Mir. Na, komm schon, Austin. Wir warten auf dich. Was wird er wohl bekommen? Etwas seltsames. Aber hier ist doch gar nichts. Komm schon, Austin. Du schaffst das. Du schaffst das. Okay, es kann losgehen. Ups, das muss wehgetan haben. Da ist ja gar nichts drin. Wie siehst du denn aus? Das tut voll weh. Sei vorsichtig. Jetzt ist es aber zu spät. Mach's gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.